Wir haben in den vergangenen Monaten stark steigende Rohstoffpreise gesehen, davon war auch der Ölpreis betroffen und für uns als Konsumenten hat sich das insbesondere durch erhöhte Kosten beim Tanken und beim Heizen wieder gespiegelt. Was heißt es allerdings generell, wenn der Ölpreis steigt oder sinkt, für die Unternehmen, wer profitiert und wer verliert hierbei und was heißt das auch für den Aktienmarkt, für uns als Investoren? All das und viel mehr, das versuchen wir mal im heutigen Video zu beantworten und damit Hallo und Willkommen beim Finanzdino und viel Spaß bei diesem Video. Und damit starten wir auch schon mit diesem Video hier. Heute soll es also einmal um steigende Ölpreise gehen und insbesondere welche Unternehmen hiervon profitieren und was das für uns als Anleger bedeutet. Bevor wir das machen natürlich wie immer, ihr kennt das Spiel bereits, der Risikohinweis, das Ganze ist hier keinerlei Anlageberatung, sondern nur meine ganz persönliche Meinung. Wenn der Preis von etwas steigt, in diesem Fall gehen wir davon aus, dass der Ölpreis steigt, dann ist es grundsätzlich erstmal für das Unternehmen, was dieses gut verkauft, schön, denn man kann jetzt durch die gleiche Menge an verkauften Produkten einen höheren Gewinn erzielen. Für Unternehmen, die Öl verkaufen, ist es natürlich eine sehr schöne Sache in diesem Fall, wenn der Ölpreis dann steigt. Wenn wir allerdings uns anschauen, auf Unternehmen das Ganze mal, die einen Rohstoff einkaufen, der im Preis gestiegen ist, dann würde das den Gewinn natürlich schmälern, wenn man an der anderen Seite an den Kunden nicht diese Preiserhöhung weitergeben würde. Und genau das passiert eben auch. Also der Preis von etwas im Einkauf steigt und diese Preiserhöhung dort wird weitergegeben und trifft im ganz letzten Fall dann uns Konsumenten. Und wir müssen dann dadurch, dass wir niemanden mehr diese Preiserhöhung weitergeben können, das Ganze zahlen und beim Öl spiegelt sich das insbesondere durch erhöhte Kosten beim Heizen, Tanken, aber natürlich auch beim Fliegen wieder. Schauen wir uns in einem Szenario mal an, was eigentlich passiert, wenn der Ölpreis sinkt. Das ist grundsätzlich erstmal insofern von Vorteil, als dass die Energiepreise gesunken sind und somit alle Unternehmen eigentlich hiervon profitieren, egal ob das jetzt im Einkauf von Öl beispielsweise ist oder einfach generell die Energiekosten gesenkt werden können. Das ist schön, das steigert im besten Fall sogar später auch noch die Gewinne und wir erinnern uns, am Aktienmarkt handeln wir nichts anderes als die zukünftigen Gewinne von Unternehmen. Und wenn die Gewinne in der Zukunft höher ausfallen, weil sie heute günstig eingekauft haben, ist das für uns als Investoren sehr schön, denn dadurch steigt auch der Gewinn des Unternehmens und dementsprechend auch unsere Rendite als Aktionär. Für die Aktienmärkte an sich ist ein fallender Ölpreis erst einmal kein schlechtes Zeichen. Meist haben wir hier steigende Kurse gesehen, insbesondere bei Unternehmen, die eigentlich gar nichts mit dem Rohstofföl zu tun hatten, nämlich aus dem Technologie- und Kommunikationssektor. Die haben hier bei sinkenden Ölpreisen am meisten profitiert. Schauen wir uns mal im Gegensatz dazu das Szenario an, was passiert eigentlich, wenn der Ölpreis steigt. Also ein Szenario, wie wir es gerade jetzt haben. Das heißt, wie bereits am Anfang erwähnt, natürlich für die Unternehmen, die Öl verkaufen, eine erhöhte Einnahme und dementsprechend natürlich auch hier erhöhte Gewinne. Also Energie- und Versorgungsunternehmen, genauso wie die Unternehmen aus den zyklischen Sektoren, können hier sehr stark von profitieren. Dadurch, dass sie Produkte eben verkaufen, die damit was zu tun haben, wenn wir uns dagegen Unternehmen anschauen, die eine hohe Kosten dadurch haben, wenn sie beispielsweise Öl kaufen, dann ist es insofern schlecht, weil nicht immer diese erhöhten Kosten im Einkauf auch an den Endkonsumenten weitergegeben werden können. Und in diesem Fall heißt ein steigender Ölpreis insbesondere höhere Ausgaben und niedrige Gewinne für beispielsweise die Chemie, aber auch für die Reisebranche. Wir können also sehen, dass eigentlich es erst mal egal ist, ob der Ölpreis steigt oder ob er sinkt. Für den Aktienmarkt heißt es grundsätzlich nicht, dass er dann in den Keller rauscht, wenn eine dieser Dinge passiert. Allerdings ist natürlich festzuhalten, dass verschiedene Sektoren hier von Verstieden stark profitieren. Allerdings ist es für uns als Investoren unmöglich zu antizipieren, wann es zu einer Preisänderung kommt, sowohl beim Ölpreis und damit natürlich auch dann sich ändernde Kurse, die dann auch beim Aktienmarkt sind, als auch anderweitige Rohstoffpreise, die jetzt hier nicht mit involviert sind in unserer kleinen Beanschauung hier. Dementsprechend ist es sehr schwer zu sagen, ja, der Ölpreis steigt. Also ist es jetzt auf jeden Fall klar, dass die Aktienkurse von Energie- und Versorgungsunternehmen steigen. Dadurch, dass natürlich in der Realität noch viel, viel mehr Faktoren hier eine Rolle spielen als nur der Ölpreis. Grundsätzlich ist es aber natürlich eine sehr schlechte Idee, hier versuchen zu wollen, das Ganze so stark zu antizipieren, dass man sehr stark in Zyklen handelt und dann beispielsweise eine Sektorrotation betreibt, hier Energie- und Versorgungsunternehmen kauft bzw. verkauft und dafür das Ganze umgekehrt bei Technologie- und Kommunikationsunternehmen macht. Das führt im schlechtesten Fall durch erhöhte Kosten und eines falschen Timings dann auch zu einer starken Underperformance. Jetzt wollen wir doch nochmal schauen, ob sich das denn überhaupt auch zeigt, dass wenn der Ölpreis sinkt bzw. wenn der Ölpreis steigt, sich hier verschiedene Szenarien ergeben. Und dafür schauen wir uns mal die Sektorrenditen im Jahr 2021 an. Und natürlich, wir können den Faktor Öl nicht separat hier betrachten. Das heißt, das Ganze wird auch von anderen Markteinflüssen verwässert. Aber im Großen und Ganzen lässt sich sagen, dass in einem Jahr, wo wir stark steigende Ölpreise gesehen haben, wie in 2021 auch der Energiesektor enorm stark performt hat, mit 42 Prozent mit Abstand vor den Kommunikationsunternehmen hier auf Platz 1 steht. Also lässt sich grundsätzlich daraus schließen, dass ja, der Ölpreis hat für den Aktienmarkt auf jeden Fall eine Relevanz. Ob man das Ganze allerdings immer abpassen sollte und hier Sektorrotation betreiben sollte, das ist dann jedem selbst überlassen. Wir können also sehen, wenn der Ölpreis steigt und wenn der Ölpreis sinkt, hat das grundsätzlich unterschiedliche Auswirkungen auf die verschiedenen Sektoren. Insgesamt haben wir aber einen steigenden Aktienmarkt. Und da würde mich mal interessieren, seid ihr eher die zyklischen Investoren, die hier darauf Wert liegen und auf beispielsweise den Ölpreis schauen und hier danach handeln? Oder ist euch egal, wie derzeit die Lage am Markt ist? Ihr investiert einfach weiter. Schreibt mir da doch mal unbedingt einen Kommentar dazu und lasst dem Ganzen hier einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Das soll es nämlich an dieser Stelle mit diesem Video gewesen sein. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr nämlich keine weiteren neuen Videos mehr. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch beim nächsten Video wieder. Bis dann!